Ich habe eben Kaffee gemacht. Möchten Sie vielleicht eine Tasse? Oh, sehr freundlich. Aber gern. Darf ich Sie dann hinunter bitten? Danke. So, die Polizei ist schon unterwegs, Doktor. Sehr gut. Ach, Helen? Die Polizei? Ja, ich habe gerade angerufen. Doktor Morell meinte, ich soll es tun. Ja, natürlich. Aber geben wir doch hinunter. Ah, 10 Uhr. Die Polizei wird in wenigen Minuten hier sein. Äh, Miss Keen. Ja? Sagen Sie, Sie haben nicht irgendetwas Ungewöhnliches gehört die Nacht? Nein, Doktor Morell. Nein? Obwohl ich einmal aufgewacht bin. Durch ein Geräusch. Eine Diele knarrte hier im Flur. Wissen Sie zufällig, wann das war? Ja, es dämmerte bereits. Also etwa kurz vor sechs? Ja. Ich bin aber dann gleich wieder eingeschlafen. Dann kann also ein Einbrecher wohl kaum an Ihrem Erwachen schuld gewesen sein. Was meinen Sie damit? Nun ja, dass Einbrecher für Ihre Aktivität meist die Stunden um Mitternacht bevorzugen. Aber, Doktor... Ja, Miss Freil? Das wird die Polizei sein. So schnell schon? Ich gehe nachsehen. Was wollten Sie da vorhin sagen, Miss Freil? Ach, nichts. Das beruhigt mich aber. Also, gehen wir hinunter. Richard, Doktor Morell, schauen Sie nur. Ja? Ach, das ist doch Mutters Portemonnaie. Das ist aus Ihrer Handtasche. Ja, der Briefträger brachte es gerade. Er sagt, es sei in dem Briefkasten gewesen, den er soeben gelehrt hat. Doch gleich da vorne ist der Briefkasten. Ja, ich erinnere mich. Wir kamen dran vorbei. Das ist doch seltsam, dieses Portemonnaie. Lass doch mal sehen, Helen. Ja, bitte. Es ist leer. Ja, dann hat er also das Geld herausgenommen und dieses Portemonnaie im Vorbeigehen in den Kasten geworfen. Ja. Das hat sie in den Anschein. Ja, dann war es also ein Einbrecher. Ja, doch. Dann war unsere erste Annahme also richtig. Aber, Doktor, ich meinte... Ja, Miss Freil? Ach, nichts. Name und Adresse deiner Mutter sind innen eingedruckt. Deswegen konnte der Briefträger das Portemonnaie auch gleich zurückbringen. Dieses Portemonnaie ist sicher sehr nützlich für die Polizei. Schon wegen der Fingerabdrücke. Nicht wahr, Doktor Morell? Hm. Oh nein, aber wahrscheinlich sind jetzt alle Fingerabdrücke verwischt. Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt sicher, die Polizei. Dr. Morell? Äh, Miss Freil, es wird ja auch langsam Zeit. Es ist mit der Hut von Scotland Yard ist drüben in Ihrem Arbeitszimmer. Ja, sagen Sie mal, wo waren Sie eigentlich die ganze Zeit? Ich sitze hier mit einem ganzen Stoß von Notizen, die ich Ihnen dringend diktieren möchte. Aber es ist mit der Hut ist doch hier. Mit Neuigkeiten im Fall Wilson. Ach ja, ich dachte, er wäre nur gekommen, um sich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Aber wieso denn, Doktor? Ja, er ist doch schon. Ja, ja, bedauerlicherweise ist er schon, ja. Und wahrscheinlich haben Sie auch noch gesagt, ich sei da, wie? Ja, natürlich. Ich dachte... Was dachten Sie denn? Nun, dass Sie auf Neuigkeiten sicher gespannt sind. Ja, ich sehe, meine Liebe, Sie schätzen meine Fähigkeiten doch sehr weit geringer ein, als ich dachte. Wenn Sie glauben, es drängt mich, Weisheiten aus dem Mund eines Detektivs von Scotland Yard zu hören. Aber es könnte doch sein, dass Inspektor Hut inzwischen diese mysteriöse Geschichte um Mrs. Wilson aufgeklärt hat. So könnte das sein. Ich... Ich... Ich...